Um ein Outfit perfekt zu machen, brauchst du einfach die richtigen Schuhe. Und ich zeige dir im heutigen Video die besten Schuhe, die du für den Sommer unbedingt in deinem Kleiderschrank haben solltest. Wie immer findet ihr alle Teile, die ich euch im heutigen Video vorstelle, unten in der Infobox verlinkt. Und falls euch dieses Video gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns hier wiedersehen. Wir starten mit einem Allrounder, den jeder Mann in seinem Kleiderschrank braucht. Und zwar geht es um einen weißen, cleanen Sneaker. Falls du nicht weißt, was zu dir passt oder was man wie kombiniert, ist dieser einfach genau richtig für dich, weil der passt wirklich zu allem. Ob du dich schick, casual, street, wie auch immer du dich kleidest, er passt einfach zu allen Looks, ist sehr versatil einsetzbar und deswegen empfehle ich sowas wirklich jedem. Gibt es schon unter 100 Euro. Ich würde darauf achten, dass die Schuhe aus Echtleder sind. Natürlich gibt es auch günstigere Kunststoffvarianten, aber ich würde schon in ein Echtlederpaar investieren. Wie gesagt, kostet weniger als 100 Euro. Beispielsweise bei Massimo Dutti bekommt ihr aktuell für 60 Euro Echtlederschuhe, haben eine sehr cleane Silhouette, genauso wie diese hier oder auch bei H&M. Und so einen Schuh kannst du einfach zu allem kombinieren. Wenn du nicht weißt, was du tragen sollst, ist das genau das Richtige für dich und es passt einfach zu jedem Anlass. Für die unter euch, die es gerne sportlich, elegant mögen, hier kommt ein Schuh, den ihr abends sowohl als auch tagsüber tragen könnt, welcher wirklich sehr, sehr schön ist. Und zwar sind das diese Espadrie Loafers von Massimo Dutti. Haben auch weniger als 100 Euro gekostet. Ich finde eine sehr schöne, cleane Silhouette. Extrem gemütlich, muss ich sagen. Und es gibt sie in verschiedensten Farben. Die Farbe hier fand ich persönlich sehr schön, habe ich mir gekauft, weil sie einfach zu hellen Farbtönen sehr gut passt. Natürlich auch zu dunklen, aber sie ist styletechnisch einfach sehr gut einsetzbar, weil sie sehr gut kombinierbar ist. Und deswegen kann ich euch diese hier auch empfehlen. Ich weiß jetzt, wenn die ersten Fragen kommen, trägt man Socken dazu im Sommer, falls ja, welche? Da sollten es unbedingt Füßlinge sein oder so Ballerinasocken nennt man die, die wirklich sehr weit ausgeschnitten sind. Man sollte niemals die Socken sehen bei diesem Schuh, sonst sieht der ganze Look einfach nicht gut aus. Vermeidet das unbedingt. Deswegen bestenfalls Ballerinasocken. Ihr könnt diese Schuhe natürlich auch ohne Socken tragen, wie ich es beispielsweise gemacht habe. Klar werden sie wahrscheinlich irgendwann anfangen zu riechen, wenn du im Sommer viel schwitzt da drin. Aber das ist relativ normal, aber das ist leider nicht zu vermeiden. Ansonsten wirklich ein sehr schöner Schuh, extrem bequem und absolut zu empfehlen. Sportlich, elegant, also sehr vielseitig einsetzbar. Kannst du auch tagsüber ohne Probleme tragen und ist einfach extrem gemütlich. Deswegen kann ich diesen hier definitiv empfehlen. Als nächstes haben wir einen sehr ähnlichen Läufer und zwar von Mangoman. Auch dieser hier hat weniger als 100 Euro gekostet. Ist von der Stilrichtung ähnlich wie der zuvor. Also ich würde sagen, der ist so ein Mix aus sportlicher Elegant. Ich finde immer, dass diese Wildleder Läufer so ein Mix aus sportlicher Elegant sind. Deswegen auch hier geht eine große Empfehlung raus. Hier, wie ihr sehen könnt, die Sohle ist so etwa Ton in Ton mit dem Schuh, was ich hier ganz gut finde. Dadurch ist er wirklich sehr, sehr schlicht und wirkt so ein bisschen eleganter. Aber ich habe hier noch eine weitere Variante von Massimo Dutti und dieser hier gefällt mir sogar noch mal einen Ticken besser, weil er einfach einen schöneren Farbton hat. Also der ist so ein bisschen mehr ins Top rein und er hat einfach eine hellere Sohle. Was ich hier bei der Sohle sehr schön finde, ist, dass sie so einen leichten Verlauf hat nach hinten. Also die wird so ein bisschen dicker und auch hier einfach ein perfekter Schuh, der sportliche Eleganz miteinander verbindet. Und ich finde gerade das ist im Sommer einfach genau das Richtige. Ob man eine schicke Leinenhose, eine Schienehose, Anzugshose, was auch immer trägt. Diese Schuhe lassen sich einfach perfekt dazu stylen. Ob ihr ein Hemd tragt, ein T-Shirt tragt, was auch immer. Sie passen eigentlich zu allem. Und ich muss einfach sagen, sie sind extrem bequem. Das unterschätzen viele bei so Schuhen. Die denken immer, so schickere Schuhe nicht unbedingt bequem. Anders bei diesen hier kann ich absolut empfehlen. Ich habe mir diese Schuhe auch noch in schwarz gekauft. Hier seht ihr die einmal. Auch die finde ich sehr, sehr schön. Ich habe sie auch heute angezogen, beispielsweise zu Daily Outfits, so wie ich es jetzt hier trage. Schlichter schwarzer Pullover, weiße Hose und dann einfach die Teile. Man hat wirklich das Gefühl, man trägt Sneaker, aber es sieht einfach ein Stück weit eleganter aus. Und deswegen kann ich euch sowas hier definitiv empfehlen. Ich würde natürlich darauf achten, dass ich mir die Schuhe aus Wildleder hole. Das ist mir persönlich wichtig. Also das ist aus einem anständigen Material. Natürlich gibt es viele günstigere Alternativen, die nicht aus echtem Wildleder sind. Kann man auch machen. Die Langlebigkeit wird dann natürlich nicht so gut sein wie bei echtem Wildleder. Und es gibt natürlich auch viele teurere Varianten, wenn man jetzt beispielsweise Richtung Loro Piana schaut, die Summer Walks. Ich denke vielen von euch ein Begriff. Da geht es preistechnisch natürlich viel weiter nach oben. Müsst einfach selber gucken. Wenn ihr jetzt neu auf diesem Gebiet seid, würde ich euch einfach so eine Variante empfehlen, die nicht allzu teuer ist, wo man einfach so einen Einstieg hat. Mal ein bisschen das Gefühl dafür bekommt, ob so etwas einem überhaupt gefällt. Weil es ist natürlich traurig, wenn ihr jetzt am Ende, wer weiß, wie viel Geld für so ein paar Schuhe ausgebt und merkt, hey, es passt nicht zu mir. Es gefällt mir nicht. Nicht kompatibel mit meinem Fuß. Einfach nicht bequem. Das ist natürlich auch nicht das Wahre. Deswegen unter 100 Euro kann man mal ausprobieren. Und ich denke, die meisten von euch werden definitiv damit glücklich werden. Schuhe lassen sich einfach sehr gut stylen. Und deswegen absolut zu empfehlen. Als nächstes haben wir einen Bootsschuh. Und zwar von Mangoman. Ich bin euch ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass ich mir sowas irgendwann mal kaufen werde. Aber diesen Sommer war es einfach soweit. Ich habe sie gesehen. Klar, Farbton ist wieder sehr ähnlich wie die anderen Modelle. Aber ich fand die Schuhe einfach extrem schön. Und auch hier muss ich sagen, super, super bequem. Sie lassen sich sehr gut stylen. Und ich finde, auch hier haben wir wieder den Aspekt sportlich und zugleich elegant. Und das ist eigentlich genau das Richtige. Also sie lassen sich super vielfältig einsetzen. Auch die Schuhe gibt es wieder in verschiedensten Farben. Und ich habe sie euch natürlich auch verlinkt. Deswegen schaut mal vorbei. Auch in diesem Grünton finde ich sowas eigentlich ganz interessant. Aber für mich persönlich ist das einfach die Farbe, die sich am besten kombinieren lässt. Und deswegen habe ich mich am Ende des Tages auch dafür entschieden. So, zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Klassiker, den ich für tagsüber einfach unbedingt empfehlen kann, wenn ihr jetzt so Richtung Strand, Hotel, Pool, wie auch immer unterwegs seid. Ich war eigentlich immer ein Fan der Adiletten. Bin ich auch nach wie vor wirklich sehr schön, sehr bequem. Leider halt nur super sportlich. Und falls man sich jetzt tagsüber so ein bisschen eleganter, beispielsweise Richtung Hemd, Badeshorts, so, dass man damit auch essen gehen kann, kleiden möchte, finde ich einfach, sehen die Adiletten nicht unbedingt elegant aus. Beziehungsweise man kann sie einfach nicht elegant stylen, weil sie sind einfach so ein bisschen verrufen. Man sagt ja auch Adiletten, was ich nach wie vor nicht finde. Aber sie sehen halt einfach sehr sportlich aus. Deswegen empfehle ich Birkenstocks. Übertrieben bequem. Ich habe jetzt hier diese leichte Variante aus diesem Gummi-Material. Ich weiß gerade nicht, wo die preislich liegen. Werde ich euch aber auch definitiv verlinken. Ich habe sie in schwarz und ich habe sie in weiß. Und ich trage sie einfach seit super vielen Jahren. Trage sie auch gerne mal abends. Ich muss sagen, Qualität nach wie vor nach so vielen Jahren immer noch wie neu der Schuh. Ich gehe damit ins Meer, in den Pool, was auch immer. Die halten super viel aus, sind super robust, kosten nicht viel Geld. Und ich finde, sie bilden so ein Gap, weil du kannst sie halt einfach lockerlässig tragen. Sie sind extrem bequem. Und sie sehen dennoch auch zu Hemd und kurzer Hose einfach ein bisschen eleganter aus. Und deswegen empfehle ich diese Teile. Und zudem kommt noch, dass sie extrem leicht sind. Also viel leichter als alle Badelatschen, die ihr wahrscheinlich kennt. Also gefühlt wiegen die gar nichts. Was natürlich, wenn es um Reisegepäck geht, immer gut ist, wenn die Teile nicht viel wiegen. Und deswegen die Birkenstocks empfehle ich euch auch unbedingt, falls ihr da noch was sucht. Natürlich gibt es da auch andere Varianten Richtung Hermes und Co., was viele auch sehr gerne tragen, was ein bisschen kostspieliger ist. Aber ich finde, die hier sind eigentlich eine sehr schöne Alternative. Und die empfehle ich euch auch. Das waren auf jeden Fall meine Empfehlungen für Sommerschuhe. Also drei Paar davon solltet ihr euch definitiv zulegen. Finde ich schon sehr cool. Und ihr könnt damit einfach super viel abbilden. Also alles an Looks, was ihr eigentlich braucht. Wenn ihr euch jetzt ein Paar von den Loafers holt, ein Paar weiße Sneaker und ein Paar Birkenstocks, dann seid ihr eigentlich für den Sommer vorbereitet. Und ihr solltet keine Probleme bekommen. Das sind eigentlich die einzigen drei Schuhe, die du mitnehmen musst. Und du kannst damit alle möglichen Looks stylen. Und ich finde, das ist für einen Mann auch okay, wenn man drei Paar leichte Schuhe mit hat im Sommer. Und damit seid ihr auf jeden Fall gut vorbereitet. Und falls euch dieses Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit wir uns hier wiedersehen. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Jetzt erst mal wieder reinkommen. Die Drehen. Das ist auf jeden Fall lange her, wo ich ein Video gemacht habe. Ich hoffe, das war okay.